Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Cattle & Crops live. Und wir werden heute wieder Heu, 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 Heu machen. Ja, wir werden heute wahrscheinlich Heu mit den Ladewagen reinfahren. Und ich grüße erstmal alle, die da sind. Ich sehe schon, Boti ist da, der Chris Penn ist da. Und ach, jetzt habe ich das schon wieder die Hälfte vergessen. Warti sehe ich auch gerade ist da. Ja, Laktose ist auf jeden Fall aktiv. Ach, schön. Ich sehe schon, 13 Leute sind auf jeden Fall da. Grüße euch, Patrick, Felster, Juhu. Also, ich werde erstmal die... Janik auch. Grüße gehen raus. Ich werde erstmal die Mission anwählen. Und wir werden heute nochmal Heu machen. Und zwar werden wir heute Heu mit den Trecker, Wir werden dann hier schön wenden, dann mal mit dem Deutz fahren und Ladewagen. Das ist heute unsere Aufgabe. Und Grüße gehen raus. Und eins muss ich auch nochmal sagen. Wir waren gestern auch beim Livestream dabei. Bei einer schönen, gemütlichen Runde. Ja. SS-Street. Jetzt musst du dir erstmal ein bisschen überlegen, ey. So. Also. Heu, heu, heu. Geht immer. Und. Die übrigen Verdächtigen sehe ich doch schon wieder hier alle, ne? Dark Angels, Osa. Fanfahrer, der Chris. Juhu. Der David. Gaming World. Yeah, yeah, yeah. Und alle, die ich, äh, hoffentlich nicht vergessen habe. So. Wird automatisch gespeichert. Dann fahren wir mal gemütlich. Noch ein bisschen leiser machen. Zu unserem Feld. Ja, wir werden wieder die üblichen Aufgaben machen, aber die gehören nun auch mal dazu. Julian ist da. Dann Emmanuel. Grüße gehen raus. Und der Kenny. Dafür nochmal ein Dankeschön für dein Abo. Der aller echte Paluten ist da. Und ganz viele andere. So, jetzt reicht es aber mit der ernsten Begrüßung, sonst kommen wir hier gar nicht mehr raus. Und. Dann werden wir jetzt erstmal unsere Aufgaben hier erledigen. Wir werden mit dem Trecker das Heu wieder zusammen schwadern. Ich glaube, so nennt man das. Und so wie es aussieht, ich gehe nochmal aufs Menübild, haben wir denn noch zwei Aufträge. Mal sehen, vielleicht kommt heute noch ein Auftrag dazu. Weil wenn die ganzen Aufträge vorbei sind, dann ist auch erstmal mit Cattle & Crops vorbei. Weil so ein richtiges Singleplayer-Spiel, naja. Oh. Ist erstmal nicht, äh. Bringt jetzt nichts. Also dieses freie Spielen. Bin ich jetzt. Äh, man hat so eine begrenzte Auswahl an Fahrzeugen und ich will erstmal noch ein bisschen geleitet werden. Das ist alles erstmal Übung. Oh, was ist denn das hier? Katrib oder so. Pardier. Danke dir für dein Abo. Also für Cattle & Crops kommen immer wieder ein paar Updates. Das letzte Update einfach mal bei Steam reingehen und dann angucken, was die letzten Updates waren. Die letzten Updates waren ein großes Update, da kamen neue Geräte hinzu. Und es soll ja auch, ähm, jetzt die nächsten Monate rauskommen. Und da wird es dann wahrscheinlich auch ganz viele, ja, Mods oder so entgegen von der Mod-Community. Ne? Hallo, Bauer Chris. Ja, hier ist der Bauer Chris. Ja, Bockfuss mit Zem. Olaf. Der Bauer Maximus ist wieder am Schlüssel. So, wir sind jetzt hier am Feld. Juhu. Da ist unser Wegpunkt. Und dann werden wir schön gemütlich arbeiten. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder vergessen, welcher Klopp das war mit dem automatisch fahren, ne? So. Okay. Aha. Ach, mein, Falterknopf. Jetzt, komm mal her. So, dann werden wir es mal ausklappen. Ich mache das hier ein bisschen mit Controller. Markus, Carol Crops, so sieht es aus. So. Alles klar. Oh, wir werden mal, wir werden mal hier eine schöne Runde drehen. Oh, warte mal. Boah, jetzt habe ich wieder, welcher Klopp war das? Wer spammt denn da schon wieder? Da will wohl jeder mal einen ordentlichen Time-Out haben. Kann man eigentlich Time-Outs ein bisschen länger machen? Da hängt wahrscheinlich nicht nur die Tastatur ab. So. Welcher Knopf war denn das jetzt? Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warte mal, was? Das ist ja jetzt... Ich habe ja jetzt... Äh, warte mal. So, ich habe schon wieder vergessen. Ach, T, meine ich. Genau, TP. T, T war das. Ach, ey, ich vergesse es auch immer wieder. Tempomat, ja, Tempomat wie T. Ja, das ist eigentlich selbsterklärend, aber für Maximus nicht. Aber ich freue mich jetzt an diesen neuen Trecker denn zu fahren, den Fan-Trecker. Und ich würde einfach mal sagen, wir blenden mal das Interface aus, mal nicht zu weit weg gucken, dann sieht das alles ein bisschen dämlich aus. Und dann gucken wir mal nach hinten, läuft das alles? Ah, das läuft ja wie ein Länderspiel. Wir lassen auch die Tür zu. Jetzt ist der Trecker ein bisschen ruhiger. Und dann fahren wir mal immütlich. Ah, schön. Herrlich. Also, das ist ja... Einfach gut. Dieter, da hast du recht. Oh. Ah, herrlich. Aber wir gehen mal wieder raus. Wir wollen ja ein bisschen was sehen vom Fahrzeug. Könnt ihr ja mal sagen, ob wir da mal so eine Runde innen, eine Runde außen machen. Was mich stört, ist, dass man bei diesen Schwadern vorne zwar dieses... Also, ich halte mal an. So, warte mal. So, dass man das hier sieht, ja. Das ist alles gar kein Problem, aber irgendwie wirkt das... Sieht aus wie Heu, ne? Äh, wie Stroh. Hier, warte mal. Heu. Ach, guck mal, da vorne ist ja schon der Trecker. Oh, den gucken wir uns gleich denn an, wenn wir den benutzen dürfen. Warte mal, wie viel Prozent haben wir denn? Ah ja, gut. So. Oh, und T gedrückt halten. Oder einmal drücken. So. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Eurotraxenmonator ist. Ich habe das alles auf der Tastatur, äh, auf der, auf dem Lenkrad. Aber so von den Modellen her und die Möglichkeiten, finde ich, Fahrzeuge vom Detailgrad, finde ich hier in Catering Crops weit besser. Ja, ihr könnt ja gerne das mal reinschreiben. Wir halten mal vorne bei dem, äh, Fan-Tracker mal an, ja. Und dann gucken wir uns den mal an. Und für die Leute, die ganz viel LS spielen, ja. Könnt ihr mal so einen kleinen Vergleich machen, ne? Äh, deswegen mache ich sowas ja auch im Livestream. Ne, eine Stunde werden wir hier nicht fahren. Warte mal, wo ist eigentlich mein Telefon? Ich muss ja gucken, ob die überführende Führung denn schreibt. Warte mal. Ich bin jetzt auch nicht so ein Freund, der, ähm, stundenlang denn irgendwie immer das Gleiche macht. So, wir gehen jetzt mal raus, gucken uns einfach mal. Oh, das sieht aber, das sieht aber auch schön aus, ne? Wie der Trecker hier so steht. Hä? Wir können ja den nochmal ganz kurz angucken. Das sind schöne Geräte, ne? Also das sieht schon, ja, gefällt mir. So, ja, gerade so, wenn man jetzt hier die Motoren sich anguckt, ja. Hier die ganzen Anschlüsse, das sieht schon, ich hoffe, es kommt so rüber. Dass man das jetzt, äh, hier genauer betrachten kann. Gehen wir mal hier hinten. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Warte mal, jetzt kommen wir gar nicht so richtig ran hier. An die Olga. Ja, hier, die ganzen Anschlüsse, das ist echt schick, 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 schick. Hier, das waren hier die Schraube, dass die so ein bisschen leicht eingefettet ist. Das sind wirklich Details. Ja, wie gesagt, das ist alles noch, ähm, ja, wackelt hier immer. Und es gibt halt immer noch diesen Grafikfehler, ne? Man sieht das hier, ne? Das ist noch nicht so schön. Das ist, glaube ich, erst nach dem letzten Update passiert. Ist das hier Wasser oder ist das hier Altblue? Ja, auch hier. Ah, da muss ich sagen, finde ich den Detailgrad hier von dem, von dem Glas hier irgendwie noch ein bisschen besser. Ja, wir können ja mal ganz kurz hier reingehen, ins Innere, gucken wir uns das mal an. Ja, man könnte jetzt hier das noch ein bisschen einstellen hier, den, den Spiegel hier ein bisschen hoch machen, dann noch zur Seite. Ja, wir machen hier ein bisschen runter hier. So. So hier. So. Wo habe ich meinen Trecker hier? Ja, ich würde mal so sagen. Ja, könnte man jetzt machen. Man kann jetzt, äh, hier Türen öffnen. Sind halt so eine Kleinigkeit, ne? Hier Türen öffnen. Oh. Das, was wir beim Euro Truck Simulator haben. Altblue ist das. Gut, alles klar. Ah, der Ingo und, äh, 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 also Dieter hat es auch schon geschrieben. Ja. Aber merkt ihr, guck mal hier, ich mache jetzt nochmal aus. Zu wieder. Gleich, äh, leiser, ne? So, was kann man hier noch einstellen? Tü, 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 tü. Ja, also das würde ich zum Beispiel auch cool filmen, wenn es beim Euro Truck Simulator sonst auch gäbe. Also nicht alles. Ja. Nur einige Sachen, die man da umändern kann. Man sieht ja auch die Animation von dem Treckerfahrer. Die ist noch nicht... Ey, warte mal, sehe ich so aus? Ich bin ja ein alter Mann. Ich habe ja kaum noch Haare auf dem Kopf. Ach, ja, je, Mini. Gleich aussteigen hier. Ja, aber ihr habt ja gar nicht gewusst, dass ich so aussehe. Mal, ist der Motor hier noch an? Ja, wie gesagt, hier, der, der, der tanzt ein bisschen. Der freut sich, der ist die Vorfreude, äh, dass ich jetzt gleich fahren kann. Ja, gehen wir dann mal rein. So. Oh. Na, fahren wir mal weiter. Faktor haben keinen AdBlue, warum nicht? Volga von der Volga. Hehehe. Also, Andreas, da hast du recht. YouTube drosselt da mächtig. Auch gerade jetzt beim Livestreamen alles. Ich hoffe, dass es dann irgendwann mal wieder ein bisschen vorbei ist. Ich nehme das eigentlich in 1080p auf und 60fps. Und das tut mir auch ein bisschen leid. Und ich denke mal, wenn dann nachher das... Ich merke es, wenn ich mal selber ein paar Videos aufnehme. Äh, nicht aufnehme, sondern wenn ich, äh, auf dem Handy Videos angucke. Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann sieht das selbst auf dem Handy so manchmal richtig schön beschissen aus. Ja. Ja, wie gesagt, das sind alles noch Feinheiten. Das ist genauso wie hier, dass der Fahrer noch nicht richtig, ähm... Er schaltet da zwar meistens oder macht da irgendwelche Aufgaben, aber... Ja, die Hände sind direkt hier am Lenkrad. Die ganzen Einstellungen sind noch nicht hundertprozentig, ne? Also, das, äh, kriegt man dann schon mit. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man hier... Äh, äh, äh... Aber ihr könnt ja mal sagen, was haltet ihr von den, äh, Treckern, die hier so im Spiel sind? Also, die Darstellung, ich finde die eigentlich schon sehr gelungen. Mit der Natur bin ich jetzt so noch nicht so, äh, hebe mich jetzt noch nicht so ab, die Karte. Aber das ist, wie gesagt, wie so eine Testkarte, ne? Ich mag eher so eine kleine, feine Karten, die schöne, ja, verwinkelte Straßen oder Wege haben, wo ein kleiner, nicht so ein steriles Bauernleben ist. Das mag ich. Dann ist da irgendwie eine kleine kaputte Scheune und, ach, alles sowas, ne? Aber ich bin gespannt, wenn es dann rauskommt, wie die Community da selber Mods und Karten baut. So, Boti sagt gerade, Nils und David ist da. Dann grüße ich ihn raus. Und ja, Mr. Schock ist auch da, sehe ich. Der Vlog-Kanal. Die Hände sind ja nicht so... Ja, also, wir eigentlich auch nicht. Es gab mal einen Mod, den konnte ich auch mal beim Eurotrack-Simulator, wo man da die Hände hatte. Aber irgendwie ging der denn nicht mehr. Fände ist am besten. Okay. Ja, also, von dem... Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Der LS wird trotzdem das absolute Zugpferd der Landwirtschaft sein, weil die eben eine riesengroße Community haben, ne? Das ist, äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Und den LS21 werde ich mir wahrscheinlich den auch angucken. Und, ja, wenn alles gut geht und ihr das auch mögt, ja? Dann kann man das durchaus, wenn der kommt, so zweimal eine Woche machen. Jetzt ist mal eine Idee. Was machen wir? Also, ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe ja heute so ein Video rausgebracht, wo ich so ein bisschen Sende plane, so was alles so kommt, ne? Am Wochenende halt ein bisschen den Assassin, das soll dann halt das, der Tag sein, wo ich dann so eine, ja, entweder so ein Korb-Spiel zeige oder halt einen, ähm, ja, Singleplayer. Wo ich da flexibel bin, wo ich dann entweder nur 30 Minuten streame oder eine Stunde oder anderthalb Stunden, so wie ich halt Zeit habe. Und unter der Woche sollen dann doch die Simulationsspiele kommen. Wenn wir jetzt die Missionen geschafft haben und in zwei, drei Wochen komplett fertig sind mit Kettle and Crops, da müssen wir uns dann überlegen, was wir dann zeigen. Was für ein Simulationsspiel. Weil das Problem wird sein, dass wir gar nicht so viele Simulationsspiele die nächsten Tage kriegen, ja. Also, es ist schön, dass der ein oder andere das freut hier. Juhu. C3 Gaming, danke für dein Abo. Aber es bringen jetzt auch nicht mehr so viele, äh, oder eigentlich gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Spiel, warte mal, wir müssen mal gucken, wie viel haben wir denn? Oh, die Hälfte haben wir jetzt schon. Wir werden wahrscheinlich nicht alles machen brauchen. Dann werden wir schön mit dem Ladewagen fahren. Yeah! Ah, sieht hübsch aus, ne? Eileen, find's auf jeden Fall schön, immer meine Videos zu sehen. Na, und das freut mich. Auch wenn die Qualität von YouTube runtergedrosselt wird. Aber ich war fast, ich war überrascht, dass wir am Sonntag, äh, ja, waren wir 50, äh, fast 50 Leute bei Assassin's Creed, ne? Also, fand ich cool. Musst mir heute mal ein paar Videos angucken, um nicht ganz so blöd dazustehen, wie man was macht. ETS forever. Naja. Aber ich will auch nicht zu viel ETS, ja. Das ist, ähm, es muss auch noch Spaß machen. Wenn ich das Wochenende, die ganzen Videos aufgenommen habe, dann bin ich auch meistens immer ein bisschen durch. Muss ich ehrlich sagen. Dann will ich manchmal vom Euro-Taxon-Monator erstmal nichts hören und nichts sehen. Und, aber wenn alles gut geht, werde ich dann am Freitag mal wieder einen Livestream machen. Am Mittwoch, für alle, ja, wird es auf jeden Fall wieder eine Runde Snowrunner geben. Wieder Koop-mäßig, da werden wir die dicken Maschinen rausholen. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann werde ich natürlich, äh, die älteren Fahrzeuge oder nicht die großen nehmen. Weil, ja, ich habe mir da ein bisschen Geld geholt, weil wir da ein bisschen so mehr Spaß haben wollen, ja. Und, wenn dann die ersten Mods, die guten Mods da sind, möchte ich auch Mods zeigen und manche Level braucht man, um das zu zeigen. Und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, mich, äh, da 24 Stunden zu zocken, um da Videos aufzunehmen. Und, das ist, wie gesagt, alles nur ein Hobby hier und da muss man halt leider zu so einen Sachen greifen. Der Jan ist da, grüße euch, aber ich denke mal, wer da ein bisschen Verstand hat, der... Jan! Ich schrei gleich mit! So ein Glück spiele ich keine Horrorspiele. Wie sieht es denn eigentlich aus, ja? Ah ja, wir sind, äh, auf einem guten Weg. Wenn wir dann das überspringen, dann können wir überspringen, ne? Äh... Ihr könnt ja mal, ja, so wie Boti sagt, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr Kettle und Krop zündet. Oder einfach nur ein Däumchen geben. Ich bin auf die, ähm, Release-Version gefasst. Ob die nach, irgendwie andere Firmen noch dazukriegen. Speichern. Ja. Und, worauf ich richtig Bock habe, auf den Multiplayer. Und wie sie den umsetzen. Also, bei mir war es ja so, wir wollten ja Bauern im Einsatz immer machen. Ähm, das könnte man bei Kettle und Krops genauso machen. Und, mir reicht es auch, wenn der Multiplayer nur mit bis zu vier Leuten geht. Und, das reicht zu, weil das alles andere wird, äh, dann, wird ein bisschen stressig werden. Aber, wenn ein Multiplayer kommen sollte, der mehr als vier Leute, dass es denn so Möglichkeiten gibt, dass wir hier zum Beispiel, jetzt einen Livestream machen. Ich sage mal, bin jetzt zum Beispiel mit Boti hier am, ich schwader hier, Boti wartet hier mit einem Träger. Da hinten, ja. Und wir sind gerade zu zweit, aber hätten dann irgendwie noch ein bisschen Platz für andere Leute. Dass die einfach aus der Community dazukommen können. Ja, zack, bumm, und dann übernehmen sie halt ein paar Aufgaben. Ja, und das wollten wir eigentlich mit, äh, den LS auch machen. Aber, wenn wir da, du kannst ja da mit dem Server nicht so richtig agieren, wo du sagen kannst, ja, du machst jetzt, äh, für die Gäste, äh, einen besonderen, äh, sagen wir mal, Kennwort. Und die können dann halt drin, und nur die, die dieses Kennwort haben, ähm, oder als Gäste, die haben nur gewisse Sachen. Die können halt nur Fahrzeuge benutzen, können nichts kaufen, verkaufen, halt, äh, die arbeiten halt, ne? Ihr wisst schon, ne? Wann mal, mal hochmachen hier. Das war eigentlich jetzt gleich fertig, sein, wa? So, also, das ist halt so eine Sache, ne? So, machen wir hier nochmal. Und, das ist ja so eine Idee, ich will ja viel mit Leuten machen. Und deswegen hat es mich ja auch erstaunt, als ich, ähm, mal die Umfrage gemacht habe, welches Spiel würdet ihr, von den AAA-Spielen, würdet ihr gerne sehen wollen? Und, da waren, glaube ich, über 40 Prozent, haben sich für New World entschieden. Ja? Wollen wir mal, das Handy blinkt? Ne, wieder irgendwelche Spam-Nachrichten hier. Ach, hör auf, Mensch. Wollen wir mal gucken, wie das eine Frau hier in hier ist. So, ähm, wir haben das eigentlich geschafft, ne? Jetzt ja noch nicht so richtig. Ach, hör mal. So. Habe ich das jetzt, habe ich das jetzt weggemacht? Habe ich das jetzt, habe ich jetzt die Mission weggemacht? Ne, ne? Oh, warte mal, jetzt hat... Ne. Aber wir fahren ja mit dem Trecker, und dann müssen wir es nur verkaufen oder zum Stall bringen. Oh, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht weggemacht. Oh, ich bin auch ein Ochse, ey. Na gut, jetzt steigen wir jetzt in den anderen Trecker ein. Oh, hier, schön die Blumen. Oh, schön. Mein Bausimulator. Ah ja. Da willst du nur wieder Trinkspiele machen. So. Dann würde ich mal sagen, Motor an. Senken wir es mal an. Und laden wir das Heu auf hier. Habe ich das jetzt kaputtgemacht, ey? Habe ich jetzt die Mission irgendwie fehlgeschlagen? Was hätte ich jetzt auch noch hier großartig zusammenbauen müssen? Wir nehmen es mal einfach auf, hier. Ah. Oh. Ne, 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 ne. Irgendwann mal, war das jetzt hier so aufnehmen? Ich hoffe, der, der, äh, kriegt das noch irgendwie hin mit der Mission hier. Ah, ein bisschen vorsichtig aufnehmen. Da sind die Felder irgendwie doch mal schon mal ein bisschen klebt, ne? So. Fahr mal. Oh, schön. Ah, das... Muss halt doch ein bisschen vorsichtiger und ordentlicher fahren, merke ich gerade. Der Aufnahmbereich ist doch nicht so groß. Bei mir ist es Träger. Und ich Traktor. Ortsüblich sagen wir Träger dazu. Aber jetzt mal ernst, ähm, es gibt doch in jeder Region immer Besonderheiten, wie irgendwelche Sachen gesagt werden, ne? Ja, das fängt doch an, wenn man jetzt, äh, Berlin mehr guckt, ja? Die sagen ja nicht ich, die sagen ja Icke und, und, und. Und so gibt es ja halt, äh, Besonderheiten in jeder, ähm, Region. Und das macht ja auch den einen oder anderen, äh, sympathischer oder manchmal auch unsympathischer, ja? Der eine mag, äh, zum Beispiel, ein Dialekt, der andere mag den Dialekt nicht. Und, ja, Brutti. Oder Schlepper. Schlepper, das sagt mir hoch. Ja, Schlepper könnte man natürlich auch sagen. Bin ich Fan von einem Bundesliga-Team? Eigentlich nicht. Aber ich muss euch sagen. Wenn ich Fußball-Fan wäre, würde ich nicht Dortmund nehmen. Hahaha, jetzt habe ich ganz viel Ehe drauf. Hey. Für mich war es, alle fingen so an mit, ja, Dortmund, dies und das und ach, und, oh, und, oh, ja. Also ich kann mit Dortmund, ähm, ist eine tolle Mannschaft, haben wahrscheinlich das geilste Stadion, die, eine unglaubliche, ähm, Fanbase, und, und, und. Aber ich kann, ähm, damit nicht ganz so, ich will mal ein Foto machen hier, wie ich hier schön agiere mit den Trecker. Aber ich kann mit der Stadt und so, ist keine schöne Stadt, nee, dann würde ich, wenn ich Spieler wäre, würde ich wahrscheinlich nach München gehen, weil da eine viel coolere Stadt ist. Ja, also ich jetzt persönlich, aber, wie gesagt, ich bin kein Fußballer, ich habe mal, ich habe zwar mal, äh, wo ist mir denn, ähm, ja, in die Seite rein, und dann hatte ich ein Kapselbänder, anderes, ne? Ah ja, so kommt es. Hertha, ja, ich war mal, wirklich bei einem Spiel, einem richtigen Bundesligaspiel, mal da, da war ich in, habe ich in Berlin, meine Zeit lang gelebt, und wir waren, äh, in der Nähe von Olympiastadion, hatten wir unsere Unterkunft, und, ja, dann bin ich, warte mal, ich muss mal hier die, das muss ich jetzt mal mitnehmen, und dann waren wir, da war, war Hertha in der zweiten Liga, ich weiß es gar nicht, da waren wir ja im Olympiastadion, und haben dann gegen Duisburg angeguckt, war das zweite Liga? In dem Haierverein, ja, genau. Ja, wie gesagt, also Fußball, da kann man, wenn sein, Endeffekt, spielt Fußball, habt ein bisschen Spaß dran, und diese ganze Fanbase, Gehabe, das ist alles für, für die Katz. Jeder soll das spielen, worauf er Lust hat, und dann ist gut. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder zurückfahren, machen wir mal das Interface an, äh, wie weit wir, wie voll wir sind. Da ist ja noch gar nichts drinne hier. Da ist ja noch gar nichts drinne. So, hier macht ein bisschen heiß, das ist süd. Ah, hier vorne ist alles. So, wir machen wieder runter und an die Maschine, dass wir, aber das Netz ist ja, stockt. Ab und zu habe ich hier so eine, so eine kleine Aussätze, aber das soll normal sein. Wenn es mal nicht, äh, speichert. Okay, dann werden wir das mal mitnehmen. Ah, schön. Das läuft ja wirklich wie ein Länderspiel. Mal wieder wie ein Länderspiel, ne? Energie Cottbus? Ja, ja, kenne ich. Arbeitskollege hat damals mal bei Energie Cottbus gespielt. in der zweiten Liga. So, jetzt geht. Hahaha, das ist so, genau, 30 hat man öfter, mein Aussetzer. Ja, ja, kann nur unmöglich sein, ne? So, nimmt er jetzt auf? Ah, hat die Maschine ausgemacht, oder was? Was ist da los? Oh, jetzt, ja. Jetzt sind wir wieder auf Fahrt hier. Ah, ich gucke mal. Ja, die Mission ist aber irgendwie jetzt weg, oder? Ja, ich irgendwie versaut jetzt die Mission, ne? Oh. Ah, jetzt sagt er, ich soll den Silage King befüllen. Okay, machen wir. Äh, wie kann ich die Mission wieder einblenden lassen? Ach, Mann, das wollte ich gar nicht. Äh, geht das irgendwie? Äh, F2? Kann ich die Mission wieder einblenden lassen, oder geht das nicht? Ah, na ja, wir fahren mal. So. Boah. Zwar wissen, wie weit wir sind. Äh, wie jetzt die Finns, also, ich sage mal, alles, was mit Gewalt und sonstige Sachen, äh, zu tun haben, kann ich, äh, finde ich nicht toll. Ja, wenn sie sich gegenseitig auf die Wütze hauen, und dann den Deckenmantel, wir sind Fußballfans, finde ich nicht toll, dann sollen sie sich einen richtig harten Job nehmen, wo sie den ganzen Tag Pakete schleppen, oder was weiß ich, oder auf dem Bau, dass sie ausgelastet sind. Aber, man muss auch mal so sehen, ich gehe nicht ins Fußballstadion, trotzdem bezahle ich den Schrot mit, ja, unnötig Polizeieinsätze, nur weil hohe Risikospiele sind, und da sage ich ganz ehrlich, möchte ich, dass die Vereine auch in die Pflicht genommen werden, weil die sind diejenigen, die mit den Fanbase in Kontakt sind, und wenn die es nicht packen, äh, bereite, äh, danke für dein Abo, äh, gewaltbereite Spieler, oder, oder Fans aus den Stadien, oder einen Verweis zu machen, wenn die es nicht hinkriegen, das durchzusetzen, ja, dann will ich aber auch nicht, dass meine Steuergelder dafür benutzt werden, aber, es wird ja nicht nach meiner Meinung gefragt, warum finde ich das nicht gut, und das war's, ja, wenn ich was zu sagen hätte, dann müssten die Vereine eben, wie gesagt, mehr in die Pflicht genommen werden, und, Gewalt hat da nichts zu suchen, ja, also ich auch, als Sponsor würde die Vereine, die sowas machen, würde ich nicht unterstützen, ja, dann werden eben ein paar Vereine weniger sein, dritte Halbzeit abreagieren, ja, dann sollen sie, na, weißt du was, dann sollen sie hier aufs Spargelfeld gehen und Spargel stechen, bis der Rücken, äh, krumm ist, wenn sie nicht abreagieren wollen, ja, Steine schleppen, oder, weiß ich, äh, keine Ahnung, einen Berg umsetzen, würden sie abreagieren, aber sich gehen, die Schnauze hauen, um zu zeigen, wie toll ich bin, ein toller Kerl, aber wenn sie denn irgendwo einen Splitter im Finger haben, und Frauchen, oh, ja, du Armer, und du so, oh, ja, ich bin so krank, ich bin so krank, ja, gut, mach ich hoch, aber ist egal, aber ich muss mich jetzt nicht irgendwie beweisen gegenüber von anderen, ja, dann sollen sie irgendwie mit Kopf was beweisen, aber die werden doch, das interessiert doch im Nachhinein keinen mehr in der Geschichte, ob ich den Hans Kuckinger Luft aufs Maul gehauen habe, oder den anderen, also ich, äh, ich war früher auch mal ein kleinerer Bauke, muss ich ehrlich sagen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwo einen auf die Mütze hauen wollte, ja, mal macht man so einen Spruch, aber im Endeffekt, es bringt einen gar nichts, ja, und Frauen finden das auch nicht toll, ja, so, es geht um den Sport, man sollte seinen Spaß haben, man kann auch ein bisschen mitfiebern, und, 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 äh, kann gewisse Sachen, was die, da oben, entscheiden, ob es nur in der Politik oder im Fußball ist, wenn man da rumjammert, kann ich nur eins sagen, geht einfach selber den Weg, macht selber Politik, bewerben, stellt euch auf, als Abgeordneter irgendeiner Partei oder parteilos, und, äh, versucht selber, den besseren Weg, und dann merkt man, ganz schnell, wie schnell man denn von vielen, vielen Interessen äh, ausgebremst wird, und dann eher so zu Kompromissen neigt, ne? Naja, ist alles nicht so einfach. Muss man mögen, ich bin jetzt nicht der Freund davon, Scheiß auf Kompromisse, ne? Siegfried, dir auch einen guten Abend, und dann alle, die jetzt hier sind und, äh, mit mir hier rumdiskutieren. finde ich, das Farming Simulator besser ist, kann man so nicht sagen, also das Spiel sind, im Grunde genommen sind es, ja, zwei Spiele, die das gleiche Genre abbilden. Früher habe ich zum Beispiel auch immer, zum Beispiel, Battlefield und Call of Duty. Naja, es sind beide Shooter-Spiele, die aber vom Grunde genommen unterschiedlich, ähm, Interessen bedienen. Meine Interessen sind da eher in Richtung Battlefield. Nicht, dass es realistischer ist, aber die Optik, die Bewegung, die, das alles drumherum, wird die besser als dieses schnelle Husch-Husch, Fusch-Fusch, ja, von Call of Duty, ja, wo es doch, noch mehr um den schnellen Skill als, äh, dieses Erfahrungsmäßige, ja, Map-Kenntnisse, weil, und bisschen taktischer, aber nicht jetzt so denken, ich rede jetzt von Armor oder so, aber durch die Möglichkeiten von Fahrzeugen und der Größe der Maps hat man da mehr taktische Feinheiten. Bei Call of Duty ist es halt so, du rennst da deine Runde immer im Kreis und hopp, 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 über Lopp und dann, ach, guck mal hier, ich hab, ich hab wieder eine Mission, warte mal, guck mal, ich mach das mal auf jetzt, ich hab hier einfach nur XP erhalten, naja, okay, habt ihr schon geschrieben, wenn man die Mission wieder einbrennen kann, ich hab das wahrscheinlich nicht gesehen, ne, oh, TV Tempomat, da geht es ja bestimmt nachher wieder, ja, ja, das ist, das finde ich aber auch richtig geil, von den Ultras, dass die Mütter als Ordner dahin stellen, das ist aber wirklich, ja, ja, aber das wird ja nicht, äh, dauerhaft, äh, so, so sein, mir geht's einfach nur darum, dass, äh, viele Steuergelder und viele Überstunden Polizei und andere Kräfte unnötig da für verblasen werden, ich hab ja auch regelmäßig oder mindestens einmal im Monat mit der Polizei zu tun und wenn ich dann höre, die müssen dann wegen der Veranstaltung da und dahin und tralala und hopsasa und da ist wieder ein Wochenende ein Arsch, eigentlich hätten sie andere Sachen zu tun, es ist halt, ähm, ja, nicht zielführend, ne, das ist dann so eine leichte Egoismus von denjenigen, die das dann immer wieder aufs Spiel setzen, nur um ihren Spaß zu haben, ne, das ist egoistisch. Aber so ist die Gesellschaft, ich werde daran nichts ändern, ob ich was sage oder uns scheiß, ja, wenn jeder so denkt, ja, habt ihr auch recht, he, 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 so, geht eigentlich, äh, wenn ich gerade sehe, an meine Moderatoren, geht eigentlich Lutz noch? Geht das überhaupt noch oder geht das nicht? Weil, äh, da könnte ich ja den, den Schruz mal ausmachen, ne, also den Link hier. Hallöchen! Ja, ihr wollt immer schreien, das hat mindestens, äh, 20 Minuten Timeout und man muss eine gewisse Punktzahl haben, ne? Was, noch 10 Abos, was ist dann? Hä? Ich jetzt oder was? Wenn ich jetzt 10 Abos mehr habe, was habe ich denn? Ein Kleinwagen geworden? Ja, das da hast du recht, also schon früh am Morgen 10 Uhr und dann geht das, aah, ey, die Mission geht trotzdem weiter, nein, das ist ja schön, ähm, äh, falscher Knopf, wir haben es geschafft, so sieht es aus, Dein Hof. Wie? Geil! Ab zum Hof! Oder Bürostadion, ja, ich, ich habe das schon, habe ich schon, äh, Moin, 10.000, ach, wegen 100.000, genau, schön entspannt, Maximus gucken, das ist gut, bis gar nicht, bis ich mal jetzt, 90.000 habe ich, Ja, das ist, nächstes Jahr, lass nächstes Jahr sein, die, die, äh, die 100k, seien das gut, also, wenn es so, kann natürlich alles jetzt nur anders loben, ne? Ach, der hier, ich lasse jetzt gerade die KI fahren, ne? So als Info, mach ja gar nichts, D.B., du musst aber gemein, ne? Ne, die könnten, die könnten, den Rasen, mit einer, mit einer, mit einer kleinen, äh, Nagelschere schneiden, oder vielleicht, aufräumen, nach dem Spiel, 90.800, habe ich, ach, danke dir, naja, das, also brauche ich noch, 9.200, ne? 9.200, ja, wenn die 100k dann fertig sind, dann machen wir einen Facecam, ich bin mir aber noch nicht sicher ob ich hier so einen großen Spot hier, Lichtspot mache aber dann muss ich wahrscheinlich mit einer Sonnenbrille hier sitzen weil der mir dann so dolle ins Gesicht leuchtet ja Treckerfahrer Maximus wir fahren wieder Richtung Hof ah schön Trecker fahren dann könnte ja sein, dass wir eine Mission geschafft haben aber ist doch eigentlich der Deutz ist eigentlich ein schöner habe ich Fendt vorhin gesagt das ist doch gar kein Fendt das ist ein Deutz Deutzfahrer ich bin hier auf ein Fendt gekommen das ist ein Deutz Trecker Torpfosten Heckfahne ja ja so wir machen mal Interface an wir sind gleich auf dem Hof da steht natürlich jetzt noch ein Trecker oh Frankhaus Leidenschaft danke für dein Abo wieso hast du mitgekriegt der hat gehupt aber wir müssen mal den hier wegfahren er ist er ist er ist er gut jetzt hier macht er noch hier Stress hier ich weiß nicht ob der jetzt auch noch fehlt der Trecker hier aber wir fahren eben mal ein bisschen weiter hier rüber ich weiß ja nicht wo er hin will jetzt Trecker hier ob er hier lang will Katze ich habe glaube ich Katze überfahren Katze haben wir mehrere Leben das ist ja nicht so wild kriegen wir es hin war der Hauf wie immer noch früher auch schon hier warte mal hier weiterhin ohne Facecam ja ich bin ja auch hässlich wie die Nacht das hast du auf jeden Fall recht was finde ich besser Kettel und Crops oder LS ach so ja vom Umfang her ist LS besser aber jetzt hier die kleinen Mechaniken ist das Spiel irgendwie ja interessanter so jetzt müssen wir hier reinfahren wahrscheinlich füttern da stehen die Ochsen ja jetzt so ich glaube das bli so Was ist jetzt alles? War das jetzt alles? Ich wüsste es nicht. Ach, das war alles. Okay. Okay. Jetzt, wo sollen wir jetzt hinfahren? Dann wäre es fertig. Oder sollen wir es jetzt irgendwo abgeben? Jetzt bin ich mal ein bisschen... Oh. Wir fahren noch mal rein hier. Ja, man könnte natürlich auch den anderen Trecker jetzt nehmen. Ich habe jetzt noch nie geguckt. Also, Boti, sag mal Bescheid. Also, wenn nicht, dann machst du hier irgendeinen Schrei oder so, dass ich das kapiere. Und wieder richtig hingucke. So, wir fahren noch mal rein hier in die Olga hier. Aber der zeigt mir auf dem Feld da noch was an. Wir gucken mal, ob wir das hier noch irgendwie abladen können. Ah, jetzt muss das Spiel gespeichert werden. Ja, logisch. Oh, hier hat er jetzt was abgegeben. Also, es ist auch nur begrenzt, wie viel man hier auch abgeben kann. Oh, nochmal zurück. Also, mehr will er irgendwie auch nicht raushauen. Ah, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Sind jetzt die Kühe glücklich oder was? Äh, so. Was ist denn jetzt eigentlich auf dem Feld? Da hinten ist irgendwie eine Markierung. Ich mache jetzt einfach mal N und frage mal, wo der jetzt hinfahren will, der Trecker. Nee, du fährst jetzt nicht durchs Feld. Vielleicht muss ich das jetzt auch einfach nur abgeben. Kann ja auch sein. Ich kann ja auch mal auf die Karte gucken. Ah, wir sollen jetzt wahrscheinlich da hinfahren. Oh. Er will es aber jetzt nicht nehmen. Okay. Ah, jetzt fährt er. Gut, alles klar. Läuft wieder. Ach, Nils, danke. Zum Hafen soll ich fahren. Ich habe das gar nicht gesehen. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Also, wie es aussieht, geht Bluts gar nicht mehr, ne? Wieso fährt er jetzt so langsam? Oh, hier ist selber anlegen. Ich wollte eigentlich ein bisschen auf den Chat achten. Deswegen mache ich das gerne hier im Livestream. Da kann ich das nämlich schön mit euch gemeinsam und ich könnte mich dann unterstützen. Sonst würde ich wahrscheinlich dann wieder sitzen so. Ah, was soll ich jetzt machen, meine Freunde? Euer Deutz? Das wird eigentlich noch von Deutz Maschinen gebaut? Das ist die jetzt gar nicht. Aber eins kann man ja sagen. Wir haben jetzt so 70, 80 Leute. Wenn ich mir gestern Assassin's Creed angucke, wenn wir weiter so machen, haben wir ja bald mit so einem Action-Spiel mehr Zuschauer wie mit einem Simulationsspiel. Was ist da los? Aber wir ziehen trotzdem durch, ne? Wenn wir das hier angefangen haben, Livestream soll ja ein bisschen... Warte mal, ich muss mal schauen, bin ich überhaupt richtig? Bin gar nicht richtig, ey. Ich bin jetzt langgefahren. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ach du Scheiße, ich bin ja komplett falsch gefahren. Wir fahren im Kreisverkehr jetzt drin. Pass auf, den Kreisverkehr... Aha, aha, aber habe ich da vielleicht irgendwas? Ne, ach... Da muss ich vielleicht noch mal gucken, ob da vielleicht noch ein anderer Link oder so... Obwohl, wenn du da irgendwann mal was hörst, bezüglich Loots, ob das überhaupt noch richtig so funktioniert, dann... Also, ich gucke mal, dass ich vielleicht mal morgen Abend... Ich hoffe nicht, dass morgen die 1.37 Uhr aus der Beta rauskommt. Ja. Dann kann ich mich vielleicht mal nach der Schicht... Spätschicht, morgen muss bis 18 Uhr arbeiten, nochmal da ran setzen. Was machst du denn jetzt hier? Willst du denn hin? Naja, irgendwie bist du ein bisschen durch hier. Ah, danke dir. Aber die bauen noch Trecker, ja? Oder Traktore. Oder Trecker. Trecker, Traktor, Schlepper. Also die bauen noch sowas, ja? Ja, auch immer schön Träcker fahren. Hä? Keiner hat natürlich alles mit Lenkrad, aber ich fahre gerne solche Maschinen von außen, um da ein bisschen zu sehen. Warte mal, ich muss mal hier die Dings ausmachen. Die Plane zu machen, geht das? Geht bestimmt. Aber ich weiß nicht, wie ich die Plane zumachen kann. Vielleicht kann man da... Warte mal, warte mal, warte mal. Wir probieren mal was. Wir machen mal Feststellbremse rein. Steigen mal aus. Was will ich denn hier? Wir gucken mal, ob da irgendwas... Ob hier irgendwo so ein Triggerpunkt ist, wo wir hier drücken können? Hier gibt es ja so viele Sachen. Oh. Das wollten wir ja eigentlich nicht, ne? Ja, das meine ich, ja? Solche Klinigkeiten, das ist eigentlich total cool. Hat zwar jetzt nicht so viel Nährwert, aber... So, wie hoch? Ist man hier noch irgendwo? Also normalerweise müsste es ja irgendwo auch eine Masch... Äh, ne Dings geben, wo wir das... Von hier steuern könnten. Ne, dass die Plane hier zugeht. Aber ich sehe jetzt erst mal nix. Ja, der Helfer wollte... Warte mal, kann ich hier irgendwie hoch? Keine Ahnung. Wisse ich jetzt nicht, wie das geht. Gibt bestimmt irgendwo eine Taste, wo man das machen kann. Ja, sicherlich aber... Den Helfer feuern. Ja, der... Manche Missionen sind vielleicht noch nicht so hundertprozentig, äh... Wo man sagen kann, naja, das läuft alles so reibungslos. Aber ich glaube, der Helfer ist hier... Viel, viel besser, wie der beim LS. Das kann man auch schon mal sagen. Ach, Felser sagt, seit 95 wurde, ähm... Die Firma Deutz aufgelöst. Das ist eigentlich schade, ne? So eine... So eine... So eine Firma, ja? Dass die dann weg ist. Ja, das ist echt... Echt übel. Ach, jetzt weiß ich... Hinter dem Gebäude ist es doch... Da haben wir noch die Ballnummern verkauft. Wenn hier noch Zugverkehr wäre, ne? Und hier ein paar Leute langlatschen... Alles super. So... Hier ist das Strohlager. Juhu... Ja, und du? Ne, hier ist es nicht. Aber man muss ja auch mal auf die Karte gucken. Ich trottel, ey. Das waren ja nur für die Ballen. Ja. Hier muss ich es mal ins Silo. Oh... 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 man kriegt jetzt um die geld geld doch schön aus dann krieg ich mal ein bisschen geld war mal hier raus und ich glaube jetzt ist die mission abgeschlossen war so schauen wir gleich mal nach so automatisch speichern ist natürlich wieder angesagt ladung verkauft blablabla haben wir gemacht und hier xp ok jo haben wir noch irgendwo ja das müsste jetzt eigentlich gewesen sein so man könnte jetzt vorbereitung machen ihr tierfutter oder körnermais geht es über körnermais wird die nächste mission werden dann war ich sagen fahren wir steige in den drescher ich lass mal den jetzt hier fahren wir fahren mal den trecker hier wieder zurück oder lassen den zurückfahren weil die mission haben wir jetzt erledigt und bereiten schon mal vor für die nächste woche wo wir den körnermais machen hier ich habe das ja ausgeblendet mission nicht mehr verfolgen ach so mission nicht mehr verfolgen aha so und dann gehen wir in den neuen dröscher warte mal wo wir uns eigentlich hinführen ach zum lager geil dann holen wir unseren neuen dröscher ja in den spiel muss man auch tiere füttern das kommt dann auch man muss dann silage machen man muss alles sieht ja geil aus guck mal an das macht jetzt alles die ki und da ist es wirklich schon recht geil so wir gucken mal wie spät es ist hat schon ein frauchen sich gemeldet nee hat es noch nicht also ist die kleine noch wach aber schön dass neue leute wieder hinzugekommen sind die mit maximus noch gar nicht so am hut hatten echt schön so kommen wir mal von innen hier oh ja das finde ich eben entspannt dass die ki das auch machen kann ja so jetzt wird er ja verrückt hier jetzt fängt er an zu rufen würde ich ja sein das finde ich erstmal schön das für die ist schon mal richtig lustig dass das hier der hans anfängt zu hupen so laktose und jesen haben die überfall gewonnen ja warte mal ich gucke mal was ist denn jetzt wenn man hier überall nachrichten kriegt denn denkt man immer brauche ich entschreibt so 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 dann steigen wir mal aus juhu so der trecker ja aber hier ne also mit den kanten und der verschmutzung die reifen das sieht schon auch hier drinnen das sieht schon echt cool aus ja immer mal einen gewissen blick drauf werfen ich hoffe es kommt halbwegs so rüber weil youtube ja ein bisschen naja alles minimiert aber ich kann ja zum beispiel sagen ich mache jetzt hier jetzt gemacht jetzt abgemacht oder habe ich jetzt nicht abkoppeln abkoppeln ist nach unten so steigen wir mal in dieses gerät ein ein mädrescher der aber ein häcksel aufsatz hier vorne hat um körnermeister machen ja das ist unsere aufgabe heute das ist unsere nicht verfügbare mission aktive also ist jetzt meine aktive ähm mission wir sollen körnermais ernten wir sollen seinen aufnehmen mit dem trecker und Und da wird es vielleicht sehr spannend, zu sehen, wie die KI denn vielleicht abtankt. Ja, ein Kärcher ist auf jeden Fall auf dem Hof zu finden. Das ist alles da. So. Ja, um die 30 Euro kostet das Spiel. Genau. So, steigen wir jetzt einfach mal ein. Wir bereiten mal ganz kurz schon ein paar Sachen vor. Bla, 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 bla. Ja, hier wollen sie uns erklären, wie das hier funktioniert mit dem Mähdrescher. Ja, hier können wir auch häckseln mit dem Ding. Wir können ja noch ganz kurz mal reingehen und zeige ich euch nochmal die Maschinen, die wir jetzt momentan hier im Spiel haben. Gehen wir nochmal in das Menü, und zwar Fahrzeuge. Äh, wir machen mal nur die Standardfahrzeuge. Weil ich habe ja hier auch ein paar Mods drinne. Ja, ein paar habe ich immer noch drinne, die nicht richtig funktionieren. Ja, das sind, wie gesagt, Modifikationen. Da haben wir hier auch zum Beispiel auch so ein richtig geiles Geschoss hier. Können wir das noch besser angucken hier. Können wir das selber mieten, und, und, und. Also, sieht schon nicht schlecht aus. Aber wir machen mal die Standardfahrzeuge. Warte mal. Ich muss erst mal den Motor ausmachen. Das geht Ihnen ja auf den Zeiger hier. So, man hat die Möglichkeit, das natürlich nach gewissen Kategorien zu transportieren. Ah ja, hier, wie auch immer. Also, es gibt viele Filtersituationen. Und wir haben bei den Glass-Tracker zwei verschiedene Sorten. Dann haben wir auch hier, für die Anbauteile. Hier ist aber auch noch dieser Jaguar, als Häcksler. Den hätten wir auch nehmen können. Ja, die Anbauten. Hier ist diese ganz normale Mähdröscher, Spritzen, in der Deutz, und, und, und. Also, hier von Hammermaschinen drinne für die Fütterung, und, und, und. Außer hat ein paar Anhänger. Ja, und die hier bei Lemken, die sind, glaube, neu hinzugefügt worden. Ja, das sind neue Maschinen. Ich glaube, die sind neu. Jetzt beim letzten Update sind sie dazugekommen. Also, man kann schon mit den Maschinen ein bisschen was anfangen, ja. 25 Maschinen kann ich haben. Full Park ist das. Ja, so eine Art. Also, ihr habt mal einen kleinen Überblick. Also, da ist der andere Simulator deutlich umfangreicher, ne? So, wir schauen mal. Unser Feld ist dort hinten. Dann würde ich sagen, zum Feld 18 fahren wir wenigstens Gerät mal hin und machen schon mal den ersten kleinen Versuch. Und das nächste Mal werden wir dann richtig agieren. Sag mal, das Ding ist aber auch ganz schön hoch, ne? Kann ich das nicht irgendwie ein bisschen absenken? Aber hier wird so eine Schutztafel hier vorne dran. Ah, das ist schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Und wir fahren schön gemütlich auf der Landstraße. Wie sieht das eigentlich von drinnen aus? Ja, und diese Geräte sollen ja dann auch irgendwann mal funktionieren, ja. Ah ja, schauen wir mal. Die Spiegel muss man sich natürlich selber immer noch mal ein bisschen einstellen. Aber hier sieht man den Tank. Wenn da alles drin ist. Ah ja. Boah, Jungs. So. Jetzt ist aber gut, mein Freund hier. Eisbeize, ach so heißt das. Ach, was ist ich. So, warte mal. Ah, halt, 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 halt. So, wir stehen jetzt hier. Okay. Fälter Knopf. Bla, 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 bla. So. Guckt euch's an. Er geht jetzt auseinander. Hier oben öffnet sich das GPS-Gerät und der Bunker geht auf. Ah ja, das sieht aber auch geil aus. Eieieieieieiei. Ah, sowas von. Oh, jeieieiei. Das ist doch mal. Oh, guck mal. Weil hier diese Umlaufrollen, diese Ketten da unten drin, ey. Das sieht schon... Also sieht schon nicht verkehrt aus, ne? Also das ist schon ein schönes Schmuckstück, ne? So, dann rein hier in die Olga. Äh, bin ich jetzt drin? Ne, bin nicht drin. So, jetzt bin ich drin. Oh, Lenkrad wird umgeklappt. Dann schauen wir mal. Er will... Wir müssen es wahrscheinlich noch weiter absenken, oder? Ne, es war schon die tiefste Stellung. Aha. Was denn eigentlich? Kann ich hier auch den Helfer einsetzen? Guck mal hier, wie er denn, äh, das Zeug dann so ein... Versucht richtig, komm mal, ich geh mal rein. Er versucht richtig hier, diesen Mais hier, äh, reinzuziehen, ne? Fahr nur mal ganz langsam hier. Geil. Boah. Boah. Boah, war ein bisschen vorsichtig hier fahren. Und hinten haut da den ganzen Rotz wieder raus. Schön gleich als Dünger. Sieht schon nicht schlecht aus. Kann man schon sagen. Ne, ich werde nur ins Wien mal hier hoch und runter fahren und dann ist hier auch Feierabend. Ich werde dann vielleicht noch den anderen Trecker gleich nochmal holen mit den Anhänger. Ja, das könnte ich ja noch gleich machen. Aber ich glaube, es ist jetzt gleich so weit, dass ich hier sowieso aufhören muss. Wir fahren dann nochmal zurück. Und beim nächsten Mal haben wir hier eine ganze Menge zu ernten. Die mache ich nochmal hier Rundumleuchte an. Das habe ich schon wieder vergessen. Wenn wir mal Licht anmachen hier an den Karudel, dann sieht es mir auch ein bisschen männlicher aus. So. Dann fahren wir das Gerät hier hoch. Und dann fahren wir auf der anderen Seite wieder zurück. Oh, ne, 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 ne. Naja. Das sieht aber auch gefährlich aus, ne. Ah, mein. So, Bruder. Runter. Und dann lass die Maisernte beginnen. Ja, sieht gut aus. Gehen wir nochmal nach innen und dann schauen wir nochmal hier in den Bunker rein. sehen wir jetzt noch nicht so viel. Ich hätte es jetzt, ehrlich gesagt, mit so einem richtigen Häcksler gemacht. weil er will ja Körner Mais machen, ne. Haben wir auch beim nächsten Mal ganz schön zu tun, ne. Ach, du Scheiße. Na komm, dann fahren wir noch eh mal hoch und eh mal runter. Dann mache ich jetzt nochmal ein paar Fotos für das nächste Mal, dass wir, dass ihr wisst, aha, heute geht es um die Körnermaisernte. muss auch sein. Ein Bild sagt mehr wie tausend Worte, ne. Vielleicht geht es ja dann irgendwann auch mit GPS alles. So, mal hochfahren das Gerät. Das ist aber auch eine fette Maschine, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ach man, jetzt nicht mehr richtig, richtig falsche Fahnen hier. wie geht es denn? Also richtig, komme ich hier mit dem System hier auch nicht klar. Ah ja, dieses ah runter mit der Maschine. das kommt. Ja, tausend Tonnen Popcorn. Ja, auf jeden Fall. Dann wäre ich dafür. so fahren wir noch mal da eben, wenigstens eben mal noch diese Tour hier hoch und dann wieder runter und dann haben wir das auch erledigt. Wie geht es mir? Mir geht es supi. Kann ja schön gemütlich Mais machen. Warte mal, ich will mal was gucken. mal gucken, wer hat er da weiter? Ha 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 ha. Geil. Körper rein. Hier bei Nacht. Man muss es ja auch mal bei Nacht sehen. Mache ich noch mehr Licht? Hey, das ist alles, was ich an Licht habe. Ah, das wirkt ja, das sei noch gar nicht ausprobiert. Ja, mal rausgehen. Aber es gibt bestimmt noch mehr. Hier hinten habe ich auch noch ein paar Scheinwerfer. Die gehen bestimmt ohne an, aber ich weiß ja nicht, welche Knöpfe das sind. Ich habe hier noch mehr Scheinwerfer zur Verfügung. Äh. Oh, ich fahre hier ein totales Zigzag-Manöver. Aber was haben wir denn noch an? Hier habe ich noch ein Licht hinten. Er hat doch mal einen Stehenträger. Äh. Ey, wir machen mal, wir machen mal wieder Helle. Nicht zehn Stunden, sondern sieben Stunden schlafen. Ja, die Arbeitsscheibenwerfer. Ich wusste jetzt nicht, welche jetzt die Arbeitsscheibenwerfer sind. Keine Ahnung. ist das ganz vergessen. Hier hoch. Ja, das ist der LS21. So, runter und hier falscher Knopf gedrückt. Ach, bin ich selber darüber gefahren. jetzt speichert er wieder, oder was macht er jetzt? Oh, was fahre ich denn jetzt von der Jauche? Bestimmt, weil ich die Nachtfahrt gemacht habe. Ich mache hier gerade Fotos, ja, nicht wundern. noch mal ein Fotochen. Da rückt, komischerweise, da stockt da immer ein bisschen. Also, wenn man das über Steam macht. So, also, das war ja, äh, sieht ja jetzt so ein bisschen verwuschelt aus, dann müssen wir auf jeden Fall noch mal fahren. Macht gerade so ein Spaß, ich will es auch nicht. Wir haben ganz kurz noch, oder? Nee, ach komm, das reicht. So, wir machen jetzt hier Feierabend. Motto aus. Wir haben jetzt eine ganze Menge, ähm, hier gesehen und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und, ähm, ja, Mittwoch werden wir dann schön wieder eine Runde SnowRunner spielen und, ja, mal gucken, wer dann als Gast dabei ist, oder nicht, ne? Also, ich mache jetzt mal Feierabend, ich wünsche euch allen was, bis Mittwoch. Haut rein, macht's gut. Bye, bye. Junge, jäuble, bis hin,